Alles läuft jetzt. Super. So, muss reichen an Holz. Dankeschön. Hä? Ey, warum? Ja? Nee, nichts. Sicher? Ja. Ganz sicher? Eik. Alexa, sicher? Ich bin der Stock. Cybot, du machst deinen Namen wieder alle Ehre. Legbot. Nee, warte mal. Nee, Roboter, wenn schon. Ach so, stimmt. Äh, ich glaub, da läuft was nachgekommen. Fang es ein. Hi, Dude. Ach so, ähm. Ach so, Tyrox kann auch gerne manchmal hier nackt rumlaufen. Also nicht verwechseln mit den Kannibalen. Äh. So hässlich bin ich nun auch wiederum nicht. Jetzt hab ich Angst. Cybot nicht so lecken. Cybot. Äh. Meine Leichen sind weg. Okay. Ähm. Es gibt eine Methode, mit der du das Lecken gut steuern kannst. Nimm dir ein Eis und leck dran. Das ist nicht dein Ernst, jetzt ist mein Einkaufswagen wieder umgedreht. Och nee. Och nee. Doch. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Hallo? Nein. Ich kann gerade nicht. Oh Gott. Ach du Heiliger. Die Tür zu. Nein, ich möchte. Ähm, ciao. Nein. Wie viele sind es denn? Zu viel. Genug. Zu viele. Boah. Fressen wir mal rein. Dunkle. Ach. Das ist ja alles. Äh. Ich werfe Molotov. Mach. Ja. Toll. Toll. Einer ist down. Zweiter ist down. Meine ganze Rüstung. Oh, gerade hat es geleckt bei mir. Was soll ich denn sagen? Ach, hier ist ja noch einer. Viertes down. Harald. Wo bist du? Wer bist du? Harald. Ja, meine Rüstung ist auch broke. Viertes down. Gut. Und jetzt wird brennen. Dann kann ich kurz. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das tut mir. So. Schieteschniete. Nicht gut. Passt da eh mal auf. Ach, zwei Stöcke brauche ich noch. Stöckli. Geht anders. Viele gerade. Nein, je mehr. Mir ist aufgefallen, je mehr in einem Camps sind, desto mehr greifen dann aber auch an. Also, Sascha, raus. Boah, also. Ja, was denn? Wie wollen wir realistisch bleiben hier? Na ja, wenn wir realistisch sind, dann müssten eigentlich alle unter 18 raus. Ups, dann sind ja nur noch zwei hier drinne. Nein, ich bin auch, also. Ja, du bist was? Jetzt sagt er nichts mehr. Nee, du benutzt diesen Einkaufswagen. Du, weiß ich nicht. Was bist du eigentlich? Italiener mit... Weiß ich nicht. Italiener. Es ist aus wie so ein fetter Italiener. Wie? Ja, das ist sei Dank. Woher weißt du, wie ein fetter Italiener aussieht? Ich hatte Nachbarn. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt. Also. Sascha. Ja. So heiße ich. Ich nicht. Na ja, stimmt, wenn du so heißen würdest. Nee. Doch. Egal. Nein, jetzt nicht. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe einfach mal gar nichts. Ich auch nicht. Darauf erst mal einen Schluck, der Tafelschorde. Was ist das? Nein. Seibert. Fui. Nein. Seibert, bitte. Nein. Nein. Das ist, das ist wohlverdientes Holz. Glaube ich. Ja. Ja, bitte. Fängt doch schön an zu klauen. Ja. Nein. Doch. Dann töte ihn, bevor er Eier legt. Aber wir sind ja jetzt so vollzählig bis auf Clay. Ach, Clay, der schafft das. Der, der ist. Ja, der macht das im Alleingang. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Das ist zwar ein sehr seltsamer Geräusche. Vier, sechs, acht, ne, sechs. Das war ein Furz. Nein. Ähm, das war der Unterdruck einer Apfelschollenflasche. Gesundheit. In der Glasflasche. Oh, ich hab's noch nicht mehr alle. Warum sind da jetzt zwei Holzstämme drauf? Also, Seibert, entweder nimmst du... Entweder nimmst du oder nicht. Also, du regst mich echt... Uff. Uff. Ist es jetzt abgeschlossen oder nicht? Na, wenn du nicht mal rein kannst, ist es abgeschlossen. Ja, gut. Okay. Also, diese Tür hier nicht absch... Äh, abschießen. Genau. Abschießen, okay. Ich echt... Absch... Warum? Nee. Es ist einfach okay. Okay, okay, okay? Ja, okay, okay, okay. Okay? Nein. Ich bin nicht mehr. So gut, dann komme ich hier raus. Nee, zu spät. Es hört auch nicht auf, aber genau das ist das Geile. Das sind mir verfickte Spiellegs. Was? Hat man nicht bemerkt. Dann weiß ich auch nicht. Meins leckt zwar auch, aber das liegt halt am Server. Mein Spiel leckt gar nicht. Ne, ich habe ab und zu so eine ganz merkwürdige Übertragung. Das habe ich auch im Singleplayer manchmal. Ne, das habe ich nicht gerade. Also noch gar nicht. Ich müsste vielleicht die Anforderung mal ein bisschen runterschrauben für mein Spiel. Ich habe alles auf hoch. Ja, ich auch. Deswegen. Aber selbst hat sich im Video noch keiner beschwert. Die Kampfratte. Von mir. Äh, das hat sich jetzt falsch angehört, Melvin? Ja, ne, also. Oh, c. Oh, Melvin. What? Das klingt falsch. Melvin? Ja, Rox. Ja. Äh, bitte. Was glaubst du das? Oh, Paufe. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, Melvin. Nein. Okay, ich hör auf. Nein. Nein. Ich hör auf. Weißt du, das macht nur Spaß, wenn... 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 wenn Melvin das macht, ja? Ich wollte gerade abschließen. Naja, die lagen draußen, äh, die hast du vergessen. Oh, draußen. Okay, dann. Okay. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, pfff. Dann leh ich die wieder in den Dings. Ja, keine Ahnung. Wollen wir mal in die Höhle gehen? Ja. 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 Äh. 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 Von mir aus. Melvin, weißt du, welche Höhle das ist mit der Kettensäge? Nö. Keine Ahnung. Die Höhle mit den Dreikrown Zelten davor, wo du das, äh, Kreuz findest. Asse. Das heißt, wir müssen ein Stückchen laufen. Was heißt, äh, Wanderparty? Ja, also nimm dir ein bisschen was an Soda mit. Oh, ich hab hier genug. Okay, Leute, Leute, nur noch zwei Gange, die ich verbrauchen kann. So, was brauch ich denn noch hier am Möbel? Ah ja. Rohr nix. Doch. Nein. Man soll doch... Hat nicht noch irgendjemand Knochen für mich? Ich hab leider keinen Knochen. Oder? Ich... Nee. Ich... Leider nicht. Ich esse jetzt ernsthaft hier Menschenfleisch, um an Knochen zu kommen. Ich geh jetzt um meine geistige Gesundheit flirten, aber... Was soll's. Ich hab hier... Ja. Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab nichts gehört. Das hast du nur gemacht? Kannst von dir. Aber ich hab immerhin wieder ein Rüstungsteil zusammen durch die sechs Knochen. Jetzt fehlen mir nur noch zwei Rüstungsteile. Ja. Zwei. Gibt's... Gibt's ehrlich eine Knochenrüstung? Äh... Guck... Guck du mich mal an. Guck mal meine Arme an. Das ist die Knochenrüstung. Wusstest du das nicht? Nee. Du kannst sogar ne Gilly-Rüstung machen. Und ne Echsenhaut-Rüstung. Und ne Schneerüstung. Ne Wärmerüstung. Oh. Oh. Gut. Ich hab nix verstanden. Ich seh nur, dass Cybot schon wieder vorsprintet. Ich hab's so hochsprintet Oh Mann Du hast nichts gesehen Da ich gleich später nochmal los Also ich renne jetzt auch schon mal vor Ich will die Kettensäge schon gern bei Zeiten haben wollen Wer da mitkommen wollt folgt meinem Namen Scheiße Vor allem wenn er nicht zu sehen ist Toll Ach ja Oh Alvera mitnehmen Brauch ich Sascha ich lass dich mal alleine Ich geh mit Aik Ne Sascha kann auch mitkommen Ne 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 Doch du brauchst die Kettensäge hoch Ja ich weiß Aber Ja dann gehst du zur Not mit den Clay dann zusammen in die Höhle Mhm So Cybert du gehst noch nicht rein Du wartest vor der Höhle auf uns Du musst sowieso manche Einstellung nochmal nach dem Trigger stellen Abm Ich besuche am Strand nur Ich verstehe halt gar nichts was er sagt Ich auch nicht Es gibt Es gibt halt nicht mal nen Ingame Chat den er nutzen könnte Mhm Doch warte Kann man Ja auf Kuh Ne selbst das würde bei ihm legen Hallo Hallo Ja Ja Walala Mit Ja sehr schlecht Äh Ich muss mich verbiegen Ja Roger und Out Du wirst dich an wie so'n Pilot auf Koks nicht mal das geht also nicht so dass das hört sich schon fast an es wird halt nicht besser test es geht auch bei der leitung der gleichen 1 ch es dröhnt übelst im ohr und ich habe mich doppelt das ist mir egal nee machen wir aus den scheiß ich bin ein schluchter albtraum dann tötest du dich ja gut besser ja viel besser jetzt hört man wenigstens wieder deine zarte nicht maskuline stimme weil ich sage nicht maskuline und der dude übertreibt es einfach wieder lol ich habe die frau in die klippe geschmissen warum äh weiß ich nicht warum weiß ich nicht warum 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 bin ich hier frei äh da red ich ja sorry hä boah ich geh baden ike ne ich folg mal euren nametags vor allem das ist einfach mal vor allem vor allem vor allem so ich habe mutant gehört das ist ein krokodil du oh oh Echsenhaut töten töten ja dann lässt du dir seinen kopf ernsthaft liegen ja ich kann doch nicht einfach okay ja ich kann doch nicht einfach liegen lassen hier vor allem hinter dir kam gerade ein kongodil runter hat dich gesehen und wieder abgehauen zu melden hoch ja hier ist ein kongodil hoch das wäre es jetzt wenn das dynamit gewesen wäre verschwinde ja gut hier ist das krokodil naja dann tötet es hier werden noch viel viel mehr kommen dass sich doch töten naja aber wenn es nicht sau oh melvin ich bin ja ich hab was ich wollte ja okay warum habt ihr zwei euch nicht ein haus gemeinsam genommen gute frage das geht auch schon zu weit hier dass ich ja 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 ja